5.4 TV besucht heute das Team Protron an der Fachhochschule Trier. Diese Gruppe an Studenten hat etwas geleistet, was nur wenige von sich behaupten können. Sie haben nicht nur ein, sondern gleich zwei experimentelle Fahrzeuge entwickelt. Kai Apel weiß mehr. Wir sind ein studentisches Team der Fachhochschule Trier. Neben einem Energiesparwettbewerbteil. Ich persönlich, mein Name ist Kai Apel, studiere Maschinenbau, habe meinen Bachelorabschluss im Allgemeinen Maschinenbau absolviert und bin jetzt in die Richtung Fahrzeugtechnik absolviert. Der Marathon hat das Ziel, mit so wenig Energie wie möglich eine möglichst große Reichweite zu absolvieren. Sprich, es wird eine vorgegebene Strecke, muss absolviert werden in einer vorgebenden Zeit und der Verbrauch der Fahrzeuge wird dann ermittelt und daraus wird dann ein Ranking der verschiedenen Fahrzeuge hergestellt. Wir haben 2006, 2007 begonnen, den Protron zu entwickeln. Es ist ein reines Rekordfahrzeug. Es soll darstellen, wie weit man heutzutage mit dem Energieeffilienten an der Benzin formen würde. Es soll gezeigt werden, wie viel Gewicht wir in Sicherheitskonzepte und in Komfort stecken. Also es ist hier wirklich ein komplett minimalistisches Fahrzeug, ein reines Experimentalsfahrzeug, um zu zeigen, was möglich ist. Nachdem wir zweimal erfolgreich mit dem Protron auf dem Shell Eco-Marathon waren, kam dann die nächste Idee, die ganze Technologie etwas weiter zu bringen, etwas straßennäher das Ganze zu konstruieren und schließlich kam im Oktober 2008 dann der Gedanke, in eine weitere Kategorie, in eine weitere Klasse des Marathons einzusteigen. Ende 2008 haben wir dann in verschiedenen Designworkshops mit der Firma Karmann zusammen das Design und die Aerodynamik des Autos, des Fahrzeugs festgelegt und haben dann eben mit Kohlefaser die ganze Karosserie des Fahrzeugs entwickelt. Wir haben das Ganze in einer Entwicklungszeit von circa sechs Monaten, vom ersten Designstrich bis daraufhin, das dann so steht, wie es jetzt hier steht, entwickelt und gefertigt. Mein Name ist Philipp Werland, ich bin Masterstudent, Studiengang Elektrotechnik und habe maßgeblich den Protron Ares, den wir hier sehen, mitentwickelt. Der wird seit neuestem rein elektrisch betrieben, wurde in diesem Jahr umgebaut auf Akkutechnologie. Hier in der Mitte vom Fahrzeug sehen wir auch den reinen Antriebsakku, der ist recht klein ausgelegt, wiegt so, wie er hier zu sehen ist, in etwa 4 Kilo und reicht, um dieses leichte Fahrzeug in etwa 50 Kilometer weit zu bewegen. Das reicht vollkommen aus für den Marathon, da wir auch kein unnützes Gewicht mitschleppen wollen und auch nur unsere maximale Reichweite zurücklegen wollen. Mit dem Fahrzeug konnten wir beim letzten Marathon eine Reichweite von über 2000 Kilometer erreichen mit der Energie, die üblicherweise in einem Liter Superbenzin steckt, hatten dadurch einen umgerechneten CO2-Ausstoß von weniger als 2 Gramm und sind damit ganz vorne in der Welt, was diese Konzept-Fahrzeuge anbieten. Uns als Team ist es ganz wichtig, dass wir uns selbst verwalten. Wir müssen uns die Mittel für die Fahrzeuge herzustellen, selbst besorgen. Das ist von so einer Krise, sind auch hier von zahlreichenden Firmen regional vertreten, aber auch überregional. Die Fahrzeugstelle Trier zum Beispiel stellt uns die ganze Infrastruktur, die Maschinen, im Hintergrund hören Sie sie vielleicht, die eine Fünfachsfräse, aber darüber hinaus haben wir auch Drehbänke, Wasserstrahlschneider, alles was wir quasi brauchen, um Fahrzeuge herzustellen und zu optimieren. Im weiteren Verlauf dieses Projektes wollen wir unser bestehendes Fahrzeug aus der Industrie beschaffen und an dieser Basis auch elektrifizieren. Es gab schon einige Projekte dieser Art, es gab beispielsweise ein Projekt mit einem A2 und in der Art wollen wir auch da zeigen, was wir als Team können, was unsere Hochschule leisten kann und uns dann auch da international ermessen. Das war eine starke qui in die Kradur-Kreiber-Kreiber-Kreiber-Kreiber-Kreiber-Kreiber-Kreiber-Kreiber-Kreiber. Vielen Dank.